moin moin und hallo willkommen zu einer weiteren folge rs 22 ja schön dass ihr eingeschaltet habt schön dass ihr da seid freut mich wir sind immer hier noch aktiv kartoffel ernten das ist schon so viel raus dass da so viel rauskommt und da kam ja schon die ein oder andere kleine nette nette story erzählen ja mal da auch diese woche passiert ist erstmal vielen vielen dank für den tollen stream von samstag hat mir sehr sehr gut gefallen freue mich dass das auch so zahlreiche da sind da waren vor allem und so anträger kurz da rein abtankt waren die pizza brötchen die pizza teigtaschen die wir da gemacht haben die waren richtig lecker also teig schlacht teig schlacht zeige ich nur aber ja so ja die kommende woche hat paar neue informationen da für euch wie gesagt ich da ich da gerade aktiv mit ls am aufnehmen bin auch mit der karte osada hoffe ich doch dass wir da irgendwann nächste woche auch mit pawel wieder zocken können haben denn da wird auch noch ein bisschen auch paar neue folgen kommen und ja ach also ich tempomat sollte mal einschalten dann klappt das quasi auch dann sollte man auf welchen tempomat noch einschalten ja aber wie gesagt so ist es halt ich versuche ich habe meine videoschnitte von der letzten folge ein bisschen zu verbessern und habe mir da auch mir gesagt was tolles überlegt und ja mein konzept dass ich immer noch am arbeiten will ist ja immer noch verbesserungswürdig wie ich so schön sagen würde aber so ist es halt dass ich euch ein schönes programm liefern kann vor allem gerade wegen der wegen mods vorstellung dementsprechend werden wir das auch einmal bald angehen ich habe mir überlegt zur not wenn ich mal wenn man nur streams an dem tag machen vielleicht abends oder ich mal keinen stream mache vielleicht an dem tag kein video aus einfach mal ein video ausbringen kein video ausbringen ja man merkt schon der tag wird lang aber ja da schauen wir mal wie das ganze ist ja das Feld ist schon ganz schön groß hier aber ich habe jetzt auch erstmal nichts weiteres geplant ich glaube das habe ich ja schon in der letzten Folge erwähnt weil das wird schon ein paar richtig geiles Sachen aber vielleicht habt ihr es schon mal mitbekommen und zwar war nämlich im Radio bei SWR 3 das ist ja schon längeren dass die Bundesregierung oder ähm unsere Bundesverfassungsgericht ein Beschluss für künstliche Intelligenz äh mitgebracht hat dass Google oder andere Such auch an Suchmaschinen mit denen man jetzt reden kann um bessere Suchanfragen zu bekommen also heißt quasi du nimmst dein Handy ich denke du mal wie du mit Alexa redest kannst du quasi jetzt schon mit den anderen mit den Suchmaschinen reden so das heißt dann dass du auch dann dementsprechend ganz klare Fragen stellen kannst variierst aber es muss klar sein was du suchst und dementsprechend dir dann auch das Ganze besser helft das heißt selbst wenn du dann äh wie 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 Mercedes es die Woche rausgebracht hat fand ich nämlich auch ein schöner Bericht äh es kommt nicht mehr so auf das Modell an Mercedes arbeitet ja momentan gerade sehr stark mit Google zusammen eine eigene App für den Fahrer rauszubringen das heißt solltest du mal Probleme haben ähm dass du gestresst bist dass du verspannt bist dass du im Sitz sogar eine Massage hast das erkennt alles dieses System im Auto diese KI quasi da drin bietet dir eine Massage an oder deine ganzen persönlichen Daten wo du quasi wo du einkaufst wo du bist wo du wo deine Freunde sind wenn das alles Google bezogen sind kann er dir zum Beispiel auch sagen ah pass auf da ist doch deine Lieblingstankstelle wenn du auf der Autobahn unterwegs bist da hockt gerade ein bester Kumpel oder beste Freundin von dir wie wär's denn mal einen Kaffee mit dir zu trinken dass er dann quasi einfach rausfährt an sich an sich finde ich das schon eine geile äh eine geile Technologie aber ihr hört's da ist auch der Datenschutz ganz groß groß das ist eine Sache ähm falls ihr gerne mal weiter Fragen dazu habt und ich gerne das in den nächsten Folgen mal darüber reden soll ähm mach ich das gerne weil für mich ist das einfach also für mich ist das sowieso ein faszinierendes Thema ähm weil ich gerne ich mag KI also gewisse Sache einfach zu automatisieren oh ja ob's mal da ob's mal da ob's mal was wird in Zukunft oh schauen wir mal aber ich mach keine keine ganz klar keine Influencer Gedänster Gedänster das will ich nicht aber ich fand grad das Thema so also wo ich es gehört hab so spannend und wo ich mir gedacht hab ja vielleicht wär das was für euch wenn wir mal drüber reden könnten und so also ich merk grad ich bin voll gern fahr einfach weiter und fahr einfach weiter so es muss da passen so und am besten sollten wir dann auch direkt mal hier Autotrive mit reinnehmen aber das will ich ja nicht unbedingt immer so haben so der schiebt ganz schön der Bruck hätte ja gedacht dass das so groß ist gut dann würde ich mal sagen machen wir noch eine Ladung äh nochmal Ladung in das Silo rein und dann würde ich auch sagen machen wir mal die äh den Autotrive Startplan dass wir mal gucken können wo das Ganze direkt mal abliefern kann ja ja hinten reinfahren das wollen wir nicht hopps nicht in die Kugel ja den muss ich auch irgendwann mal weg machen ei 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 ja aber so ist es wenn man viel ausprobiert dann klappt das schon so gut lager ach hier haben wir noch gar nichts das ist gut so dann haben wir noch das dann das Zeichen so dann haben wir hier abladen das haben wir nämlich gleich keine Wendemöglichkeit okay okay fertig perfekt dann mal kurz speichern dass da nicht wegfällt so ist klar gut fahren wir hier raus genau vorne weiter halten wir nämlich hier an dann da ich dann das das es da ich dann ich Ja, da ist so. Äh, ne. Ja, da ist so. So, dann halten wir das. Und jetzt müssten wir, genau, fahren wir weiter hoch. Weil wir haben da ja vorne Asphalt, also können wir da auch den Träger dementsprechend dann auch da hinfahren lassen. Genau, und dann Punkt, fangen wir auch wieder an. So. So, hier machen wir dann nämlich auch nochmal einen Punkt. Feld, ich sag mal hier, Feld 31, genau. So. Ach, sie. Feld. 33. So. Weg mit dir. Ach, da weißt du nicht. So, ich sag mal, ich sag mal, ich sag mal. Ah. Ah. So. 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 Mal reinfahren. So. 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 Dann haben wir den Weg nämlich auch drin. Ein Träscher. Zwar... 31 und abladen zum Lieferuchtextern. So, dann... Bist du bei 55, Abstand zum Rohr. Ab die Level 80, Feldausfahrt. Standard. Ja. So. Alles klar. Bin ich mal gespannt. Ähm. Okay. Okay. Kann ich einfach grad mal weitermachen. Beobachte mal den einfach mal. Hoppla. Mein Freund, was machst du denn hier, was Dinger? Anbremsste raus, anschmeißen. Fels 36 quasi drinnen. Pst. So. 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 Passt. So, nachdem wir mit Crossplay hier gerade mal die Tour hingefahren haben, klappt das ja leider aber nicht mit dem Erntart da. Schade, naja. Aber ich hoffe euch habt die Folge gefallen und wünsche euch dementsprechend auch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Euer Pantalo.